Liebe Damen und Herren, ich begrüsse Sie an diesem herrlichen schönen Tag und möchte Ihnen das neue, eigentlich Gebetsbuch, als Hörbuch vorstellen. Dieses Gebetsbuch ist weit bekannt, viel benutzt und wir hören praktisch jeden Tag von Rückmeldungen, was die Leute sich selber dann natürlich nützen können oder bewerkstelligen können damit. Das Hörbuch haben wir als normale Audio-CD in der Verpackung, es sind vier CDs oder dann eigentlich als CD MP3 mit Stick, sodass Sie natürlich kompatibel sind mit CD-Players oder zum Beispiel dann mit Ihrem Handy, mit einem Adapter, sodass Sie überall und immer und jederzeit das Gebet dabei haben, das Ihnen gut tut, das Ihnen hilft, das Sie glücklich macht. Und am schönsten ist es als Mensch in der Natur draussen, egal wo, bei einem Sonnenaufgang oder einem wunderbaren Sonnenuntergang, die Berührung des Herzens oder Ihrer Seele. Es ist kraftvoll, wirksam und wenn Sie das hören, sollten Sie es innerlich natürlich nachsprechen. Es ist dann Ihr Wunsch, Ihre Bestellung, Ihre kraftvolle Heilung. Und so wünsche ich Ihnen auch viel Erfolg mit diesem schon lange gewünschten, eigentlich Hörbuch. Es ist bei uns beim Stieger Verlag erhältlich. Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen und natürlich Ihre Freude daran. Das möchte ich Ihnen gönnen. Auf Wiederhören.